Reingequatscht hier. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz Zockt The Division 2. Wieder mit den zwei Spaßbögeln Haka und Aka-Anne, also mit dem Daddy und der Anne. Und wir befinden uns jetzt hier im Weißen Haus, haben ein paar Sachen zerlegt, ein bisschen aufgerüstet, ein bisschen umgerüstet. Dann haben wir hier die Nachricht bekommen, jetzt kann hier auch Gemüse angebaut werden, also die Menschen leben wieder gesünder. Und heute treffen wir uns mit dem The Vision Koordinator, der ist direkt hinter der Tür, aber erstmal hallo an Daddy und hallo an Anne. Hallo, schön dabei zu sein, freut mich, dass ihr zuschaut. Ja, Daddy, bei dir hat ja die ersten Folgen, haben ja bei dir nicht geklappt, ne? Genau, ja, da haben wir drei Folgen, sind nicht aufgenommen worden. Oh, jetzt funktioniert's, jetzt geht's. Jetzt geht alles, ne? Und die Anne ist noch hier stumm? Ne, ich hab nur gewartet, bis ihr fertig seid. Und auch ein ganz großes Hallo auch von mir, von meiner Seite. Und sagen, los geht's, oder? Nicht lang schlag den Kopf in den Nacken. Richtig, auf geht's. Richtig. Nee, schlafen wir ja noch ein. So, eintreten, äh, betreten. Austreten. Ich brauch mehr aus dem Spielzeugladen, sonst kann ich meine scheiß Karte nicht fertigstellen. Schon gut, Manny. Während der Sheriff ihr Isaac geweckt hat, hab ich ein paar Türen eingetreten. Was rausgefunden? Ein paar neue Schimpfwörter. Was nützliches? Ich weiß, wohin das Heilmittel geschickt wurde. Zum Kapitol? Wir kommen nicht durch die Verteidigung. Noch nicht. Doch wenn wir mit dem Satelliten verbunden sind, und der Shade-Hauptknoten online ist, sind wir wieder voll einsatzfähig. Dann sind wir bereit. Und bis dahin, Präsident Ellis hat den Absturz überlebt und wird von einer der Fraktionen festgehalten. Wir müssen ihn finden. Ach, arm Arsch. Es könnte jederzeit zu einem weiteren Ausbruch der Seuche kommen. Wir brauchen keine Politiker. Wir brauchen das Heilmittel. Vielleicht brauchen wir ihn, um es zu bekommen. Es wird an einem sicheren Ort sein. Okay. Wir sehen, was wir tun können. Soll ich mich jetzt geschmeichelt oder beleidigt fühlen, Manny? Neue Einsätze. Ach du Schande. Es sind, glaube ich, zwei, drei. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun, ne? In den nächsten Folgen. Oh, Space Administration. Ja. Ach, hier unten ist doch was. Das passt genau zu mir. Drohnenabsturz. Drohnenabsturzstelle. Der Präsident hat auch eine Folge von mir angeschaut und hat den Absturz überlebt. Haben sie auch gesagt. Gut, wir hätten jetzt direkt hier in der Nähe einen Nebeneinsatz, ne? Ja, ich glaube, das ist erstmal für uns das Beste. Hier oben das Neue, ne? Ne, das ist ein Nebeneinsatz. Büro von Odea Tech. Büro von Odea Tech? Das ist ein Nebeneinsatz. Büro von Odea Tech. Über uns. Das sind alles Nebeneinsätze. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich hab doch schon gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie man... Jetzt quatschen ich hier die ganze Zeit lang. Ja. Wir fangen an beim Hotel Empire Autumn, okay? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja, ja, gleich rechts. Gleich rechts. Ja, das ist am nähersten, ne? Ja, genau. Ja, und dann arbeiten wir uns hoch zum Büro und dann arbeiten wir uns rüber zum Dachgärten. Hä, wo ist denn das? Bin ich blöd? Rechts in der grünen Zone. Ja, das blaue Ding. Ach, da, okay. Da seid ihr, ja. Okay. Okay. Na dann, Leute. Nicht lang, was hast du gesagt? Nicht lang? Schnacken, Kopf in den Nacken oder was? Ja, auf geht's. Auf geht's. Hup, 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 hup. Drei Nebeneinsätze. Oh Mann, ne, da vertrauen die uns ganz schön hier in Washington. Mal sehen, ob sie da nicht zu viel von uns erwarten. Ja, Leute, komm, schick mal die drei Spacken hin. Echt? Sollen wir sie dann endlich los? Sollen wir sie mal los, da können wir uns um die richtigen Einsätze kümmern und die sind ein bisschen beschäftigt. So ein bisschen hängen, nicht so auf der Straße rum. Gut, dann gleich mal Waffe ausrüsten hier. Ja. Davon da geht's nämlich los. Moment. Oh, was denn da? Das ist rechts zum Kopf, ne? Warte, wir jetzt schauen, wie das funktioniert. Wie das funktioniert mit dem Ding, mit dem... Ach nee, die schon wieder. Öffentliche Hinrichtungen in 524 Metern. Wird man schon mal. Na, pass auf, ich mach mal ganz einfach. Oh, du willst mir decken. Okay. Hat man bis hin was angefangen hier? Dann. Ah, ich bin, ich bin decken. Ach komm, andere Waffe. Dann. Haha. Mein Baby. So. Da schießen wir. Da sind zwei Geiseln. Mal gucken, ob man nicht dabei ist. Wir sind die Zweiter? Ja. Letztes Mal ist unsere eine Geisel gestorben. Ja. Diesmal aber nicht. Mal nicht. Na, geht rüber, erst. So, das ist... Alter. Nein, da. Alter. Jawohl, Mann. Hab ich geholfen. Oh, Feinder. Hinten wir noch irgendwo Feinder? Ja, da herrüben, Herr Ere, was. Ähm, wo? Ach, moin. Da. Sehr gut, Daddy. Oh, ich muss mich hauen. Ja, passt. Geht mit da. Ah, der ist auch mit da. Boah, das war jetzt knapp. Naja, jetzt ist der Runde unten. Wo war der? War's das? War's das? War's das? Scheiße. Nein, jetzt sind noch Rundepunkte. Hinten, hinten, hinten am Runden, Runden. Ah, da. Da. Er kommt mit der Granate an, gerannt hier hinten. Na, wo ist er denn? Auf der Map sehe ich es. Hab ich. Hi. Hi, Anna. Auf der Map hab ich ihn gesehen, aber ich hab da nicht gesehen, wo der umgerinnt. So, haben wir's, ne? Haben wir alle Feiseln? Yo. Sehr gut. Sehr cool, aber da unten schneid's noch, ne? Da unten ist noch ganz schön Action. Ne, ich glaube, die haben gerade in die Luft geschossen, oder? Aus Freude. Ne, ne, nein, hier geht's noch ab. Nein. Ach, hier. Ah, da. So, einer. Jawoll. Ich glaube, wir befreien mal hier. Mach mal den Garten hier wieder. Garten sind wir ja hier. Dafür wurden wir engagiert. Pfeffs, wir wurden mal eingestellt. Richtig. So, ich glaube, wir sind in den Fertig, hat sie gesagt. So. Sehr gut, dann machen wir zu dem Hotel. Oh, hier ist ein Koffer. Wo ist der Koffer? Ja. Ah. Cool, hab ich mitgekriegt den Loot? Sehr geil. Ja, nur wenn einer den Koffer öffnen, müsste er nur in der Nähe stehen. Genau, drüber laufen, das ist gut. Warte mal, ich scann mal. Die anderen mag das auf und die braucht nur drüber laufen. Ja, genau. So, also scannen wir auch nix. Downtown, yes. Das Hotel muss irgendwo dahinten sein. Wir können abkürzen. Mhm. Ja, will ich auch in der Botanik gehen, ne? Na klar, Rasenlatscher. Kann ich ja gar nicht leiden, du. Oh, hier ist ein Achtung, hier ist ein Wokitalki. Hier ist ein Waikitaiki, ne? Irgendwo. Irgendwo muss ein Waikitaiki sein. Hier ist Loot. Hier ist Loot. Aber ich seh das Waikitaiki, seh ich nicht hier. Wie das letzte Mal, das stand mir auch hier, also in diesem Burgerladen. Ja, ne, da war auch nichts. Und haben das Waikitaiki nicht gefunden. Vielleicht ist das aber auch die Zone, wo das ist. Ne. Kann auch diese Zone sein, wo das ist hier. Ja. Hier geht's nicht rein? Ne. Waikitaiki. Ich hab's. Also hier. Wo? Das? In dieser Kiste war jetzt das Symbol von der Waikitaiki. Ja, das haben wir schon genommen. So. Ah, ich glaube, wir müssen das auf der Karte. Ja, du musst die Karte, glaube ich, aufmachen, dann wird das abgespielt. Okay. Hier ist noch Luft, ne? Ich hab's nicht geschlichen, bin ihr gefolgt. Haben Sie sich gewehrt? Nee, die haben nicht mit Besuch gerechnet. Und bin ich früh, leicht? Nein, hab ich nicht geschaut, ob ich Blot suche. Warte, wir hören das mal an. Was ist denn das jetzt da? Mein Gott. Und du uns da länger nicht spüßt. Oh, Leute? Ja. Na, hier wird bloß zwischendurch da. Übel, ja. Ist einer mit nem Schutzschiff? Ja. Ob ich das ja brauchen kann? Hä? Wo geht's noch ab? Ja, jetzt sind wir am Hotel. Ich hab's doch drübergezogen. Was ist denn da los? Geh doch mal auf, du doofen Kuh. Ach, die ist so blöd. Habt ihr Probleme? Nein, oder? Ähm. Geht so. Haben wir da hinter uns auch jemanden, vielleicht? Na, nur voran den... ... und hinter... Ohne, mach mal was. So. Einwandfrei. Geschafft. Jetzt treifen Sie unsere Stellung nicht mehr an. Hier oben liegt was. Gent. Was grünes. Na dann. Oh, die Carbonat war bei mir hier. Bei mir nicht, also ich hab nichts grünes zum Looten. Sicher. Na gut. Geht wahrscheinlich der, der das meiste macht und wenigstens Loot, ja? Ja, da, 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 da. Kommt, hier ist das Hotel, ne? Irgendwie, oder? Du müsstest meinen, ne? Jo. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Gibt es hier irgendwo eine Monitierungskiste? Ja. Extra reiche Musik auf den Fall. Bevor wir eine gingen? Ja, da, sehr gut. Was haltet ihr wieder von dem Soundtrack hier? Den Fuhren. Episch. Hier rein. Achten Sie auf den Positionsanzeiger. Okay. Ich habe ihn geortet. Er muss sich irgendwo unter Ihnen befinden. Jo. Gut, wir müssen nach unten. Loot? Loot ist gut. Ich bin froh, dass ich euch zwei Adler-Augen mit am Start habe hier. Ja, looten kann ich. Ja, looten ist toll. Looten tut gut. Genau. Loot tut immer gut. Hier, hier kann man bestimmt noch mal was, oder? Doch, hier, plündern. So, dann bleibst du ja auch noch mal, kann ich plündern. Oh, da kam Walkie-Talkie bei mir raus. Ja, bei mir auch, aber ich bin voll mit Walkie-Talkies. Du musst wieder an die Karte gehen und dich das anhören. Ja. Glaube ich. Nee, geht tatsächlich nicht. Ich bin voll mit Walkie-Talkies. Oh, oder ist es was zu essen? Das sieht ja aus wie was zu essen. Das kann doch was zu essen sein. Das ist eher so eine Dose. Ja. Na gut, gehen wir mal runter. Hier, ich mach mal auf, ne? Ja, Jungs. Ja, Ladies first. Das ist mir zu hoch, ich geh hier nicht runter. Da, ich bin unten. Torfschütze oben. Oh, mein. Torfschütze down? Ja. Anna, hast du Drohne? Andere Scharfschütze down? Nach. Verdammt, glade nach. Okay. Oh, was ist das dann? Muss ich kurz heilen? Das ist dein komisches Geschütz. Da ist mir mein komisches Geschütz. Und der dir auch eins. Aber, aber ich glaube, kommen hier jetzt nicht gleich wieder welche? Irgendwie habe ich das hier in Erinnerung, dass wir wieder lang gelaufen sind und ich saß genau da, wo... Ja, in der Beta, ne? Ja, wo die da rausgaben. Ja. Ja. Jetzt geht's ab. Daddy in Deckung. Ich bin in Deckung. Von wo? Ich weiß wieder nicht, wie das Geschütz mir nehmen kann. R1. R1. Von oben, Anna? Ach Gott, da hüpft wie dringend. Aua. Von... Von wo? Na, das... Ja, die Amt, ich freue mich auf Besuch. Ja. 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 Dann komm ich immer direkt zu mir. Wie ist ein Opfertyp, oder was? Oh, schaust du zu oben, Anna? Ja, Drohne macht. Sehr gut. Ja, die verfolgt den regelrecht, ne? Die ist so echt penetrant, deine Bühne, oder? Die? Ja. Ja. Jawohl, Drohne hat. Sehr gut. Warte nach. Warte nach. Warte nach. Lass mich in Ruhe. Oh, bin am Boden. Dann muss ich das geschehen. Ja. Kannst du hintergerutscht kommen? Achso, oder? Ja, kann ich. Kann ich tatsächlich. Also, ich komm hinter der Deckung, noch geht's. Ah, danke, Daddy. Kann ich mir Kaffee. Ja, jetzt bin ich glaube ich drauf, Donner. Seid ihr jetzt beide tot? Ja. Komm. Na, ich war's nicht. Nee. Du sagst nicht, was du jetzt hieß. Die werden tot. Die werden tot. Die haben mich umstellt, das ist doof. Ja, HGA wurde getötet, jetzt werde ich getötet. Aber Daddy, du hattest doch diese komische Drohne, die den Hopf wiederbeleben muss. Ander wurde auch getötet. Ach, verdammt. Ja, wir sind jetzt tot. Oh nee, der Hopf ist wiederbelebt gerade. Ja, ich werde wiederbelebt. Ja, das habe ich noch, glaube ich, bevor ich gestorben bin. Das heißt, ich werde die ganze Zeit wiederbelebt, aber die schießen auf mich? Ja. Nein, das ist dieser Pakt, glaube ich, weil ich bin beim Wiederbeleben gestorben, ne? Und doch, ja. Ja, das war doof, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bevor wir ihn noch retten. Hm. Na, ich wollte gerade hinterkriegen, aber, ach, was soll's, kommt. Machen wir nochmal das Ganze. Wir sind ja wieder hier. Na? Jetzt positionieren wir uns einfach mal richtig. Zack. Ach Gott. Oh Gott. Ich hupf immer runter, wenn ich den Deckung gehe. Das geht mir auch gar nicht. So, ich sammle mal Granaten ein, hier. Ne, Anne, bist du da? Ich bleibe jetzt gerade mal erstmal hier oben. Ich gucke mal, ob das vielleicht besser ist. Okay, dann werde ich jetzt mal die SAD-Technologie sicherstellen. Mhm. Aber erstmal ist hier drüben noch eine Loot-Kiste. Irgendwo hier. Oder ist die oben bei dir, Anne? Die Loot-Kiste? Mhm. Ähm, ne. Okay. Irgendwo muss die sein. Hier unten ist sie nicht. Geh nochmal schauen. Oh, hier liegt übrigens ein Wiederbelebungsding. Also hier hinten wärst du wiederbelebt worden. Irgendwie. Wo liegt das? Oder was? Hier oben bei mir. Das liegt noch wo? Ja, du, drück mal, drück mal lange, drück mal lange R1. Ja, hier liegt es tatsächlich. Ah, dann ist, dann ist, aha, dann ist zerstört. Genau, dann kann ich es wieder nehmen. Okay. Achso, dann habe ich mich umverdruckt und habe es fallen lassen. Dann hast du es vorhin irgendwo hingeschwiesen, ja. Ja, ja. Gut, okay. Ähm, seid ihr bereit? Nö, aber... Nähe der Gegner näher an sich. Gut, schön positionieren. Wer fragt schon, wie es uns geht. Richtig. Aus den Maschinen, Drohne, äh, positioniert, drauf? Ja. Echte Seite. Ja. Scharfschützen oben. Ohne macht Scharfschützen. Okay. Scharfschützen 2, ich lande, ne? Lade nach. Einer ist weg. Lade nach. Ich habe das Feuer auf den zweiten auf mich gelenkt. So, zweite ist weg. Neue Gegner. Neue Gegner. Down. Mein Schütz ist down. Wir waren gleich schon mal ne, äh, ne Granate werfen. Links? Links steuern wir jetzt nach links. Danke. Ja. Pum. 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 Nimm den Linken. So, weg. Rechts ist noch einer. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Komm, du deinen Kopf hoch, Junge. Könnt ihr alles einsammeln sollen? Ja. Puh. Moin. Aber jetzt, aber jetzt lief's, ne? Das ist wie wenn ein Kind auf eine heiße Herdplatte fasst. Warte, ich muss noch looten, Leute. Ja, ich muss auch. Ja, ja. Wir müssen looten. Loot, 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 loot. Oh, wunderbar. Wir kommen da ab. Wo sind die Treppen? Treppen. Ja, Treppen. Nehmen keine Treppen. Treppen. Assassine. Alter ey. Wer braucht Treppen? Alter ey. Hallo. Moin. Die Musik ist so cool. Ja. Ganz lieb begrüße übrigens an der Stelle an den Tabor. An den Tabor. 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 Er wird sich wieder kaputt lachen. Wie nubisch wir hier vorgehen. Ja, das ist gut möglich. Das kann schon sein. Obwohl, eben nach dem, nach unserem Tod, ne? Muss ich sagen, also jetzt lieb's richtig gut, schön aufgeteilt. Man muss ja auch sehen, dass wir auch zwischendrin immer Pausen haben, dass wir nicht hintereinander wegspielen und dass es dann halt immer mal... Richtig. Außerdem brauchen wir uns hier für nichts zu entschuldigen. Richtig. Ich hab mein Dings geschütz einmal platziert. Meins wurde zerstört. Wo kannst du denn uns? Ja, warum hast du denn geschütz platziert, Freddy? Bitte? Nimm das mal wieder weg. Nimm's wieder mit. Wir gehen ja jetzt weiter. Die kommt ja noch Welle, oder? Ne, ne, die haben wir schon, die haben wir schon. Wieso? Vorher ist ja auch noch eine gekommen. Ja, aber bei der zweiten Welle ist immer gestorben. Also da kam die zweite Welle gleich jetzt als erstes. Ach so. Ich mir denke, das fang von vorne an. Nö. Okay. Dann wird die zweite Welle jetzt gleich hoffentlich so gut. Der Ausgang liegt vor ihm. Zeit zum Auschecken. So, Zeit zum Auschecken, Leute. Rechts noch mal Munition. Ausgecheckt. Wo? Wo haben wir Munition? Hier. Wer noch mal die Gegend? Wo wir stehen. Hier. Ja, ja, ja. Du hast keine Bedrohung gefunden. Ich bin eine Bedrohung. Für die Menschheit. Da, da, da. Bedrohne. Ich bin eine Bedrohnung. Gut, checkt mal aus, Leute. Gut. Jo. Hier geht's hoch. Das Hotel verlassen. Hier sind Seiler. Ah, cool. Na dann, auf jetzt. Ich glaube aber nicht, ähm, Leute. Hm? Das war's nicht. Oh, ähm. Ich sag mal hallo, ne? Jo. Gott, der geht nicht entdecken. Der fuhr drauf. Er kommt noch Besuch? Ja. Der Dicke wird gekirrt. Okay. Granate. Wer die neben dir? Ah, gut, ist weg. Warte nach. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ah, die Drohne, die räumt so auf, Anna. Es ist so praktisch einfach. Rechts noch einer? Jo. Sehr geil. Aber man sieht, wenn man die Schütze richtig platziert und die Drohnen richtig einsetzt, hat man eigentlich keine Probleme, oder? Also, wenn's nicht vielleicht gerade zu viel sind, wenn man die auch immer auf die Lilan, beziehungsweise auf die Supermoppe stellt, dann sollte das theoretisch gehen. Ja, das sollte das problemlos laufen, ne? Ich sag extra theoretisch. Hab nochmal gescannt. Geh mal die Treppe hoch. Mhm. Tschüssi, keine zwei. Okay, also hier ist safe. Oben ist da nix? Oben hat nix mehr. Oben hat nix mehr. Mach mal hier raus. Erster Nebeneinsatz. Beendet, würd ich sagen, oder? Wuh, wuh. Ähm. Ja, nochmal. Mach mal auf. Mach mal was für dein Geld. Richtig. Was für Geld? Weiß nicht. Das war echt die Zahl. So. Boin. Yay. Einsatz abgeschlossen. Odea Tech Behälter zum Quartiermeister. Vielleicht kann er ja etwas damit anfangen. Okay, dann würde ich aber sagen, direkt die nächste Nebenmission, oder? Ja, wir können ja zumindest schon mal hinlaufen. Ja, weil so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Also markieren und jetzt das Büro, ne? Oben. Das Büro, ne? Hier oben. Büro von Odea Tech. Genau. Daddy? Büro von Odea Tech. Also gehen Sie dorthin und suchen Sie alles ab. Irgendwelche SAD-Technologie gibt's dort zu holen. Genau. Wir laufen erstmal hin und was dann passiert, naja, das könnte man dann in der nächsten Folge erfahren. Genau. Wenn wir dann dort sind. Aber dein Weg ist ja bekanntlich das Ziel, ne? Ich ignorier die rechts jetzt einfach mal. Ja, ich hab jetzt auch, ich hab die rechts und links liegen lassen. Kofferbombe? So. Antibiotika gefunden, einmal. Das geht doch. Gen hier mal. Mach das. So, geht noch nicht, geht noch nicht. Weil hier ist nämlich ein bisschen was. Oh, links. Links. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Läuft umher. Guck mal, ich sag mal Hallo. Na? Das hat gescheppert. Daddy, bist du am Start? Ja. Ich hab zwar gedötet. Sehr geil. Anna, siehst du den auch da hinten? Ich seh, ne? Lender? Mh. Ah, ich hab ich... Okay. Oh, das war's. Okay. Mal schauen, ob sie irgendwas gibt zu holen, weil alles ist noch rot angezeigt. Ja. Das sind unsere grünen Männer. Wir sind ja auch einfach gerade in einem feindlichen Gebiet. Einem Territory? In dem feindlichen Territory. Denner? Keine Bedrohung entdeckt. Oh, oh, das hat klar. Äh, von hinten, Leute? Jo, keine Bedrohung entdeckt. Ah! Ein bisschen... Hä? Bedrängnis. Ach, so weit hinten bist du natürlich weiter vorgelaufen. Boah! Dankeschön für die schnelle Hilfe. Danke. Mit meiner Superwumme. Ja, ne? Zack, zack, peng, peng. Auf Englisch heißt deine Waffe ja Bang Bang Machine Gun, ne? Ja. Ich glaube, in dem Parkhaus hier unten gibt es nichts zu holen. Na, schau mal runter, dann renne ich runter. Wir machen mal weiter zur Mission. Genau. Folgen von der Anne nicht zu lang werden hier. Ach, ja, natürlich. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ach, das sind doch hier die drei Kräner. Guck doch mal, die Kräner. Sind das wieder deine Kräner? Das sind unsere Kräner. Nach denen ich mich säne, die Kräner. Grät kein Hahn. Da grät kein Hahn mehr danach. Da grät kein Kran mehr danach. Da grät kein Krä mehr danach. Da kränt kein Krä mehr. Was, was? Hier ist wieder irgendwas angezeigt, ne? Wir müssen mal die Karte wieder öffnen. Ist hier nicht so ein Safe-Ding? Also hier ist wieder ein Waikie-Taige angezeigt. Ein Waikie-Taige. Waikie-Taige. Aber ich finde es nicht. Ähm, Leute, kommt mal bitte kurz hierher. Ja, was geht ab? Ich habe hier gerade einen Nackenwärmer Prestige gefunden. Nackenwärmer Prestige? Hier dran und dann stand bei mir hier plündern. Okay, bist du hier irgendwie hochgegangen? Die Treppe? Die Treppe? Ich bin über die, Rob. Treppepepepepe. Die Treppepepepe. 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 Ja, ja, genau. Nackenwärmer. Nackenwärmer Prestige. Ich habe nichts vergleichen, aber ist okay. Ich habe nur irgendwas Weißes. Wie kann ich denn den Nackenwärmer ansetzen? Also für alle, die sich wundern, dass ein Nackenwärmer ist, ist das eine Schale. Ah, hier. Wow, krass. Das ist einfach nur so ein kosmetisches Ding. Jetzt habe ich einen Nackenwärmer an. Dafür habe ich jetzt die Treppe gesucht. Hm. Na gut, gehen wir weiter. Und das Walkie-Talkie ist übrigens hier drinnen, in dem Raum. Was? Ja. Ja. Ich will es mitnehmen. Hier runter dran, wieder hoch. Hä, wie kommt man denn hier rein? Seht ihr das? Hier drinnen ist es Walkie-Talkie. Ja. Und du kannst auch von hier aus plündern. Okay. Und, ob das gefunden? Ich kann mir irgendwie nicht rein. Was ist denn? Wie dumm ist das denn? Hä? Na mal an. Mach's kaputt. Okay, bitte mal kurz zurücktreten, Leute. Ja. Hab keine Granate mehr. Ich hab doch eine. Achtung. Daddy, geh mal da weg. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. Achso. Pam. Und? Ach Quatsch, komm. Nix, ne? Eine Granate und eine Holztür. Oh Gott. Okay, alles klar. Ich lass das. Ich lass das Handy dort liegen. Komisch. Bestimmt's neue Huawei, da darf man keiner mehr. Das P30. Kriegst du dafür jetzt Geld, dass du das gesagt hast? Ich weiß nicht. Ich ruf mal an. Ach, ich hab. Ich weiß, wie man hochkommt. What? Ich hab's genommen. Was? Von da außen kannst du's nehmen. Von dir ist egal da. Ne, du kannst auch hier rein klettern. Ich hab's von da rein. Ach ne, Gott. Ich komm mir grad richtig verarscht vor. Sagst du ja rum? Was, ne? Geht das nicht, oder was? Ne, das ist immer noch das falsche, zum Beispiel. Ja, die, wie bist du da reingekommen? Da, schau her. Ich hab mich da hergestellt. Und hab auf Luppen gedruckt. So. Glaubst du's gekriegt? Ich hab's gekriegt. Ach, hier. Okay. Das liegt, glaub ich, dahinter oder so. Das ist ein Bug. Vielleicht sieht das heraußen liegen. Glaubst du's? Ne? Egal. Die Person, die für die Entstehung und Verbreitung des Pockenvirus Variola Chimera. Auch als Dollargrippe oder grünes Gift bekannt verantwortlich ist... Gut. Dann gehen wir weiter, ne? Dr. Gordon Amherst identifiziert. Amhersts Leiche wurde gefunden und geborgen. Ich hab mir kurz die Nachricht angehört. Ich bin noch dabei. Achso. Ende der Nachricht. Okay. Ende der Nachricht. Den Amherst kenn ich noch aus Division 1, ne? Kann man das Feuer öffnen? Ich war mal so frei. Ja. Aua. Aua. Chillt. Lauf, lauf doch. So. Ja. Hier scheint's abzugehen. Naja. Oh, von hinten. Was? Ah, die, das ist dein Tron und sicher. Ja. Warte nach. Oh, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Ja, die kriegst du ja? Ja, ja. Hammer, hammer, hammer. Die Waffe ist super, aber es dauert ewig lange. Großes Magazin bestimmt, ne? Ja, ja. Gibt zwar super viel Schuss, aber es dauert halt. Ciao. Jawoll. So. Schon geklärt, würde ich sagen. Geklärt. Und ich würde sagen, wir sind gleich da und das können wir in der nächsten Folge machen. Wie viele Minuten sind wir? 32? Upsa. Ja, okay. Die Folge. Mach mal. Einer muss ja der Spielverderber sein, ne? Richtig. Also, Hashtag Anne loben in die Kommentare. Anne der Spielverderber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Tschüss und Baba. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Macht's gut. Tschüss. 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 Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Mohammed. Bath. J喜欢. J喜欢. rearrangeigne bats 돌ion. Nes